hallo ist martin von money monkey ist das die dax analyse für nun mittwoch den 16.02.2022 und wir hatten hier gestern diesen kleinen jungen der mit dem nagel auf dem handy rum gespielt hat und eigentlich nur mal richtig drauf hauen sollte das hat er nicht getan haben wir es gnadenlos zerbrochen und unser dax nach oben gebärstet muss man ja wirklich so sagen wir hatten gestern darüber gesprochen dass unser dax durchaus ein bisschen kräftiger reinkommen kann 15 1 80 so in dem drehraum hatte ich gesagt könnte ich mir gut vorstellen und das dann so weil hier recht träge eben losgegangen ist neues tief noch anstehen würde er sollte dabei aber nicht über die 230 drüber weil darüber dann eben richtung 3 10 und 4 20 hat man glaube ich gesagt na er tendieren sollte so 4 20 4 50 ja punkt lassen wir mal so im raum stehen der ist zum skater start unheimlich stark reingekommen das war auch genauso das zeitfenster wo er hätte eigentlich nach oben grenzen müssen also diejenigen die bei uns die updates noch mitbekommen da hat man glaube ich 8 45 oder so hat man das schon geschrieben wenn jetzt setra anfängt dicke grüne kerzen zu werfen dann sollte man sich oben auf die 1 80 2 30 und darüber auf 3 10 4 20 dann einstellen ja und die hat er dann einfach durchgeklackert die erste x4 kratzer die zwar schon eine ordentliche bumme nach oben richtig fett grün und dann hat er auch nicht nachgelassen hat schon den größten teil eigentlich fast in einer halben stunde abgewickelt hat schon gut 250 300 punkte da da durchgetreten bekommen und sich dann entsprechend hoch ausgestellt von der bewegung her vielleicht ganz schön wieder ab es ist deutlich an trenddynamik rausgegangen und es ist eine interessante stelle die wir erreicht haben und das ist die zweite rücklauf die zweite rücklaufzone die er jetzt hier erreicht hat und das auch in einem dreiwältigen bewegungsverhalten bisher so dass ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster lehnen aber wenn er das jetzt zum mittwoch wieder komplett nach unten runde rasiert würde mich das gar nicht mal wundern wenn wir mal so beobachten was wir jetzt hier seit vier wochen eigentlich für bewegungsverhalten sehen also ich hatte letztens auch noch mal so ein video hier uninteressant oder unwichtig aber ich hatte letztens auch mal bei uns im verteiler was rumgeschickt wo ich über dieses grundsätzliche geschieb hier gesprochen habe dass da einfach was auflösendes fehlt einfach so ein abschluss irgendwo mal für so ein muster fehlt dass entweder die eine oder die andere seite durchgehen kann und das interessante ist das hat jemand gestern im video drunter kommentiert so als frage also heißt das und er hatte zu verstanden dass es so heißt wo als wir auf den wochenschat geguckt haben dass wenn der dax eben mal nicht oder eben nicht drunter geht nein wir hatten darum ging das hier hat euch den wochenschat gezeigt aus der jahresausblicksanalyse und hatte gesagt dass es für ein bullisches auflösen des musters nach oben für ein vorteil wäre wenn er einfach unten drunter noch mal bereinigt und hat derjenige gefragt also glaubst du nicht dass der dax neue allzeithoß macht wenn er noch nicht drunter war und das ist eine interessante interpretation weil das habe ich nicht gesagt aber ja schon denke ich denke das schon na weil wenn er jetzt wieder nur nach oben kommt was hat sich denn jetzt geändert im gegensatz zu vorher nichts ja also die gleiche gemengenlage von käufern und verkäufern jetzt mal krieg hin und her mal außen vor gelassen corona hin und her außen vor gelassen zinsen hin und her außen vor gelassen das ist alles unverändert ja wir sind im gleichen spiel das heißt warum sollte der markt von jetzt hier plötzlich so weit hoch kommen und oben raus rennen und neuen trend eindeuten wenn er das nicht schon von dem tief oder von dem tief geschafft hat na also in dem punkt würde ich schon sagen er braucht aus technischer sicht einfach diese bereinigung dieses auflösen von long position warum ist das so wichtig dass man longs vorher rausschmeißt vor man gut oben raus rennt das hat einfach den grund dass viele markt teilnehmer in so einem moment nicht mehr investiert sind und der markt rennt dann nach oben raus und dann fangen diese markt teilnehmen an an einem gewissen zeitpunkt spätestens wenn er über dem neuen hoch steht zu sagen ja scheiße jetzt jetzt rennt er los jetzt wo ich hier unten ausgestoppt bin und kaufen den markt und die drücken den dann weiter die üben dann druck in die neuen hofs raus ein weil sie dabei sein wollen weil sie nichts mehr verpassen wollen in dem moment wo die markt daneben aber alle noch drin sind haben die keine motivation jetzt zu einem kurs zu kaufen den sie jetzt schon die letzten vier wochen gesehen haben warum sollten sie jetzt das kursniveau kaufen also das ist das ist die psychologische erklärung dahinter warum das schon wichtig wäre dass er hier einmal drunter geht auch um oben eben richtig was raus zu bringen können am ende ist es trotzdem ist es eine technische analyse das heißt wir ermitteln irgendwo bewegungswahrscheinlichkeiten vorteile und so weiter eine garantie dass es immer so kommt haben wir nicht das kann kann letztendlich immer was anderes kommen aber es war vollkommen richtig verstanden wollte die frage gerne hier für alle jetzt beantworten und nicht nur ihm im kommentar weil ich mir vorstellen kann dass es für andere auch interessant ist also für mich schon wenn ich mir das jetzt so angucken wie der dax hoch steigt schüttelt dann mit dem kopf und sagt mir warum tust du dir das an du kommst da jetzt wieder runter halten nicht wundern ich bin jetzt hier bei uns wir haben total internetausfall ich bin jetzt hier auf mobilen daten unterwegs das funktioniert jetzt hier nicht ganz so schnell aber wie kriegt es denn so ja also wenn er jetzt hier wieder nach oben aber der dax ohne dass sie unten jetzt irgendwo eine bereinigung stattgefunden hat dann liegt es natürlich nahe oder es ist das risiko ist erhöht dass er auch dieses mal das wieder nicht halten kann und wieder nur umgedreht wird nach unten so wie er das letzte wochen gesehen hat und da muss man schon ein bisschen aufpassen wenn der mittwoch jetzt anfängt wirklich rot nach unten zu treten erinnert euch sowas hat man die letzten wochen ganz oft immer wieder gesagt und es ist sogar relativ oft auch eingetreten fangt dann nicht an gleich ja also gerade die die jetzt den dienstag die ganze zeit short gegen gehandelt haben fangt dann passt dann auf dass er mittwoch die ganze zeit lang gegen handelt wenn er dann von früh bis abend vielleicht sogar durchfällt und wirklich den wortlaut den haben wir die letzten wochen so oft gebrauchen müssen und es hat sich auch oft gezeigt dass es wichtig war das zu erwähnen sollte der wirklich jetzt hier anfangen zu fallen kann er letztendlich relativ zügig wieder hier auf bereichern naja gut es deckt sich jetzt nicht ganz so schön als mir ist so eine 300 hier recht wichtig mir ist eine 230 1 80 wichtig das erkennt man leider hier nicht so richtig aus der ebene heraus ist eher mehr untergeordnet auf der ebene müsste man sagen es 15 1 50 wichtig für den rücklauf und 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 hier diese 15 270 152 70 und 151 50 wenn ich auf der ebene analysieren müsste guck mal ein bisschen tiefer rein sieht es eher nach so 15300 und 15 1180 aus na aber so im großen großen bild kann man sagen 15 1 50 so und wenn die beiden marken hier nicht halten na wir bleiben auf der ebene einfach wenn die marken hier bei 270 und bei 1 50 nicht halten und er durchstößt beide nach unten dann geht er sofort wieder hier unten auf die 15 30 runde auf die 15 auf die 14 9 65 und in dem moment wo hier steht würde sich dann auch das neue tief gönnen na und von daher haben wir aktuell jetzt ein tieferes hoch das noch nicht abgestoßen man darf es noch nicht als soll sich bewerten aber ich will eben verständlich machen dass der tag so wie er ist zwar stark war von von einem bewegungsverhalten und und definitiv potent und eine kaufkraft war und auch im tag ist schön aussieht aber das reichte noch nicht na und das haben wir die letzten analysen immer wieder gesagt muss um die charttage wieder ein bisschen positiv aufzutreten halt auch wirklich über die 500 darüber 550 da sich wieder oberhalb etablieren und dann schafft er auch bewegung rein die 15800 bewegung rein in die 159 40 oder sogar noch ein stückchen höher ja aber für mich zählt weiterhin wir haben hier unten nicht wirklich eine bereinigung hinbekommen und wir haben tieferes tief gemacht wir haben tiefere hochstrennen dreht er sich jetzt hier wieder weg und es wäre mir zu heiß dann da halt zu euphorisch und zu werden was man sich vorstellen könnte wäre und dass er versucht zum wissen sich an dieser letzten eher zögerlicheren aufwärts hier zu orientieren dass er sagt pass auf ich nehme hier das hier und das hier orientiere mich daran für den nächsten anstieg nein dann könnte man ihm hier noch so ein bisschen bis 750 hin platz reinräumen bis 800 da sieht aber auch dahinter noch ganz schön viel zeit für man kann das auch extensieren nach oben aber das wäre so eine idee dass er sich daran einfach orientiert aber auch in der bewegung sieht ja wenn er sich daran orientiert die ist zuletzt halt auch ultra korrektiv verlaufen halten also wirklich wirklich korrektiv verlaufen haben wir nehmen das jetzt als orientierung dient das sehen wir auch hier einen kräftigen stoß dann sehen wir hier so eine riesen lange bewegung das ist schon fast ähnlich zu dem wenn wir bloß mal den abschnitt hier nehmen und sagen wir gucken mal wie das hier war wie ist er denn beim letzten mal von hier unten losgetürmt ja das ist schon fast ähnlich damals war sogar schneller auf zwei tage jetzt ist es langsamer gewesen ne vom tief weg ist die reaktion jetzt hoppala wartet ich pausiere das bestimmt das internet so ne also wenn wir das jetzt hier sehen dann ist er jetzt tatsächlich sogar langsamer gewesen wie in der bewegung und aus der bewegung hat das trotzdem nicht oben raus geschafft ne und das ist so dieser dieser punkt auch im wochenchart ne bei ihm wahrscheinlich dass unten fehlt das heißt sollte er sich zögerlich verhalten rein aus chartistischer sicht sollte man ihn unten noch nicht zu früh abschreiben kann nämlich durchaus sein dass er da noch mal tief drunter stellt das ist ganz wichtig ich würde mich deswegen jetzt hier nicht per se erstmal im short in den weg stellen ich würde da auch muss da jetzt nicht zu beharrlich sein und da voll mit der keule draufhauen wenn die ganze zeit grüne kerzen kommen das sehe ich nicht aber wenn umkehrsignale kommen mal was anzuprobieren warum nicht halt ne wenn der aber grün rein startet auch zum mittwoch sich positiv zeigt dann grüß noch bis 500 bis 65 laufen lassen im zweifel haben wir hier bei 640 noch ein gap das bei 410 ne wo hatten wir hier ein gap hatten wir nicht hier noch im bereich ein gap was wir uns noch angeguckt hatten nee ist nicht dann war 640 und 49 oder irgendwie so ne genau hier 49 und 46 dann habe ich jetzt verwechselt ich dachte bei 400 war auch noch eins ne punkt ja also das wären noch interessante zone hier 55 könnte sich auch noch gönnen das wäre dann sogar immer noch ein tieferes tief dann hätte er wieder noch mal einen versuch aus dem trend raus kann er noch mal probieren aber dann fehler ausbruch noch mal hinstellt und richtigen ausbruch also das ich würde jetzt nicht zum mittwoch sagen man muss jetzt hier primär short suchen ja aber ich was mir wichtig wäre ist wenn der abkippt einfach ein bisschen im hinterkopf behalten dass sich an der situation eigentlich nichts geändert hat dadurch dass er jetzt hochgekommen ist dafür ist dann noch nicht genug hochgekommen das war nicht außer wenn es viel wirkte auch wenn es wirklich stark war und schön und man auf vielen aktien mal wieder ein bisschen schön performance drauf gesehen hat und das vielen aktien auch richtig gut tut dass da mal wieder ein bisschen grüne kerzen reinkommen aber das hat noch nicht gereicht das braucht für mittelfristigere signale braucht es wirklich noch ein bisschen mehr das kann zum mittwoch durchaus jetzt schon passieren ja dass das kommt wenn ich mal tagesschart gucke ich sag mal wenn der sich jetzt hier wieder ans obere band ran stellt jetzt zum mittwoch hier noch mal so ein tag daneben stellt dann kann das signal geben wer wirken also für 15.800 wird es da oben durchaus lockerer und und fluffiger aber die kerze an sich ist voll in zeit hier also das ist das schöne kerze ohne frage ist auch von einem wichtigen passion unten weggekommen aber es ist halt einfach auch nichts neues und wie gesagt wir haben es jetzt hier gerade verglichen beim letzten man kam sogar dynamischer weg das ist jetzt hier eher das ist komisch weil der tag war ultra stark aber es ist vom tief weg träger als beim letzten mal beim letzten was ich in die stolle weit gekommen also deswegen ich bin ich ganz so deswegen nicht ganz optimistisch sehe das potenzial dass der sich eben hier noch nach unten wieder zurück holt das risiko das sehe ich noch und würde deswegen einfach aufpassen wenn er sich hier noch mal runter dreht ansonsten kommt stärker lassen wir noch bis 55 rein das kann ich mir gut vorstellen und darüber wird es ein bisschen flockig an der richtung 640 gäbe close und 57 dann das sind dann darüber die nächsten ziele soll da strafreien kommen wie das am tag präsentieren wollen also nicht short verkämpfen sondern wirklich den short ersuchen wenn wirklich man merkt das dreht weg hier das dreht wieder weg kommt wieder die schwäche rein ist wieder die nervösität da dann würde ich persönlich dann nicht lange zögern und dann einfach noch mal ein short ansetzen halten also wenn aber das will ich dann auch sehen also nie nicht wenn der so loslegt die jetzt am dienstag losgelegt hat das ist vertane mühe das ist schade das rente er ist in stop loss aber wenn man wieder merkt jetzt kommt das wieder los ist wieder nervös es kommt wieder die langen roten kerzen dann ruhig mit warum nicht schalten als von der chart von der analyse seite würde das definitiv hergeben ja so punkt aus ende ich denke damit haben wir ein schönes fazit würde den die analyse damit beenden wünsche euch zum mittwoch viel erfolg gutes gelingen ach ja es ist mittwoch bis mittwoch zum mittwoch war angekündigt haben die amerikaner gesagt dass die russen einmarschieren bin ich gespannt was wird es wäre natürlich der hammer mit am mittwoch hier drunter steht also dann dann chapeau dax das wäre wirklich die ganze erstmal mir haben heute ganz 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 viele geschrieben dass ihre shorts jetzt glatt gestellt haben und da jetzt nicht mehr dran glauben dass das jetzt kommt und ja was ist denn hier mit den benachrichtigungen was mensch das wäre wirklich der hammer wenn der da jetzt zum mittwoch tatsächlich jetzt einmarschiert und der markt vorher alle noch mal oben rausgerissen hat und dann voll unten durch rennt aber es wird sogar passen es wäre wenn da jetzt noch mal ein tieferes tief kommt das ganz normal trend dann halt nach als ganz normal aktiver abwärts rennt die tieferes hoch tieferes tief es wäre es wäre nicht ungewöhnlich muss deswegen nicht kommen aber bis auf der hut sein einfach und das noch nicht zu früh fallen würde ich noch nicht sind auch noch 100 200 tage linie das kann der mittwoch der mittwoch kann jetzt wirklich einige argumente ausnehmen aber ja ich schade ich hatte eigentlich von so schönes schlussfazit kaputt geredet ich krieg's auch nicht noch mal zitiert aber der fakt ist wenn schwächer einkommen dynamik reinkommt dann auf der unterseite macht er das gleiche was zum dienstag gemacht und lasten dann braucht man sich schon nicht vor dagegen stehen das ist wirklich total mehr so also ich mache aus wünsche euch was gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss bis dahin tschüss